Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das Sie in Ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der! Die nach Belieben erscheinen und verschwinden können! Sie wollen beweisen, dass Sie aus Fleisch und Blut sind? Dann bringen Sie sie mehr! Das ist doch Soldatentratsch! Doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster! Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist! Der meine Männer mit einem Prügeltor geschlägt! Der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein! Dass der Bärenjude ein Golem ist! Oh nein!